Hab irgendwas gehört? Halt! Oh, ich hab mich selbst dermaßen in die Luft gesprengt! Scheiße, ich hab... Ich find einfach keine Dinger an irgendwas. Was geht ab? Willkommen zu einer Runde Smash Mit den zwei Boys hier Erzählt mal, ist kein Boy? Ein Mädchen Ich glaub, dass er einmal gespielt hat Ja, ich glaub, dass er einmal gespielt hat Ja, den habe Du hast uns übrigens... Achso, er hat den Double-Jump-Kenter Gut Wir haben uns einmal gespielt damals Ja, wir spielen auf Schottbau EU Und wir spielen... Oh Und wir spielen... Was spielen wir denn? Smash genau Muss ich erstmal überlegen Ja Auf Schottbau EU nicht US, ja Hab irgendwas gehört? Halt! Oh, ich hab mich selbst dermaßen in die Luft gesprengt! Scheiße, ich hab... Ich find einfach keine Dinger hier, was ist das? Ja, ne? Ich hab 200% Ich hab 200% gekriegt Weil ich in meinem... War wegen meinem... Alter, hättest du diese Suppe bekommen, ne? Du hättest 0% Was? Ne, ich bin 204% Ist jeder eigentlich bei meinem Lava fällt Stirb, stirb! Oh! Nein! Alter, bist du... Geh weg, Alter! Bist du schon wieder tot? Alter! Hör auf damit! Alter! Nein! Ich... Ich back rum! Warme dich jetzt durch, Alter! Durch die Wand! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Ich hab noch ein Leben, oh mein Gott! Du bist schon wieder runtergefallen? Ja, bei mir backt es gerade ein bisschen Ich lauf hier grad vor dem Knorfen weg, Alter! Oh, komm wieder her! Das ist gar nichts! Ich dachte, das wär was zum... Zum Gehen! Ja, ich hab's... Oh, shit, Alter! Nein! Nein! Oh, weg von euch, weg von euch! Ich hab das 300%! Oh, gut! Oh, die droppt ja auch nochmal viel! War das Ironie? Oh, du Knecht, Alter! Och, Mann! Oh, Scheiße! Ey! Wie du einfach mal die komplette Base zerstört hast hier! Oh! Nein! Nein, bitte nicht! Bist du schon wieder... Hab ich dich... Ja, du bist in meinen Schleim beigelaufen! Okay, ich bin... Ich bin down! Ich bin down! Ja... Oh! Nein, stopp! Ja! 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 Ja, Schatz 2-2! Oh, Mann! Jetzt musst du zuschauen! Jetzt bist du in der Box, ne? Kannst du ja rausschneiden! Hm! Hm! Was bauen hier die Alte? Auf den Dächern! Am Rand! Überall! Okay! Okay! Yesi, bist du auch noch da? Yesi? Oh, ich glaub, die ist kaum mehr da! Schau da! Oh! Die meinte, die ist... Wollte umringen kurz! Also wer... Wer auf jeden Fall für die Einschaltquote der Burner, ne? Die... Die Quotennotte! Okay, hab ich nicht gesagt! Oh! Aua! Oh! Na! Hallo! Oh! Hä? Wo bist du denn? Auf einmal geht hier alles kaputt! Nein! Doch, 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 doch! Ja! Du-du-du-du-du-du-dun! Okay, komm wieder hin! Nein, nein! Oh! Ich wär fast runtergefallen! Ich bin fast selbst runtergeschwungen! Habe ich gesehen! Nein! Oh, was war das? Jetzt habe ich glaube ich ein Problem. Was ist denn? Ja, ich komme von hier unten nicht mehr weg. Soll ich dich helfen? Soll ich dich helfen? Nein! Jetzt brenne ich. Nicht mehr lachen. Scheiße. So, komm. Einer und einer. Komm her. So. Alter, wie hoch ich geflogen bin. Okay, okay. Das ist ja ein Problem, glaube ich. Nein! 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 Oh Mann, das ist so ein Glück. Du hast richtig Glück gehabt. Du hast richtig Glück gehabt. Jetzt zieht dich mal ab hier. Oh Mann. Hallo und willkommen zurück. Oh, ich bin direkt runtergefallen, Alter. Ja. Ich bin direkt runtergefallen. Oh nein. Lass mich nicht in Ruhe, ich kann einen Doppeljammer machen. Ist so ein Thema was. Richtig. Richtig. Okay Leute, ich will jetzt nichts sagen, aber ich bin einfach mal direkt runtergefallen. Oh Mann. Ich auch. Das nervt mich richtig. Achso, ich wollte gerade an die Thronen gehen, aber das geht ja gar nicht. War nicht so gut. Du bist auch runtergefallen. Oh, CTOS denn? Nein! ACE! Ja, ja, JAH! Ihr habt zwei! Ich hab zwei! Nein, er ist rausgekommen! Knorke ist raus! Oh Boom! Hab jetzt einfach alle drei genommen. Ja, alle drei waren drin. Und du, du bist einfach mal überdimensional weit weggeflogen, ey. Ich bin gestorben. Haha. Ich bin komplett raus wieder. Ich bin hinter dir her gelaufen und dann hast du ihn angegriffen. Und dann hab ich da gedacht. Wie das für ein Noob ich bin. Hä? Hat das irgendwer geschrieben? Nein. Aber ich bin tot. Gut, okay. Mach da her. Lol. Du hast da einfach so gestanden und in die Gegend durch irgendwo geguckt. Aber ich kann. So komm wieder her, da. Denk nicht. Ich bin le bobo. Jetzt bist du schon wieder raus am Mann. Das wird ja ne richtig spannende Folge für dich. Haha. Egal. Absolut. Habt Spaß noch. Ja nochmal. Ich hab dich grad rumfliegen sehen. Kannst du mich oder jemand oder wen oder was? Dafür, dass er unsichtbar ist, konnte ich ihn grad sehen. Das ist bestimmt, weil ich da reinkommen bin. Als Spectator so, unsichtbar hab ich dich grad rumfliegen sehen. Oh shit. Kannst du mich sehen, ja? Nee, das geht immer nur so, wenn man sich ganz schnell bewegt, irgendwie immer. Sieht man den ganz kurz. Oh, oh, oh! Der Chili war hinter mir. Oh, 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 oh. Danke zu Kittens ABC für ihre recenten Prochance, um zu unterstützen. Hey, Jesse. Hm? Was geht da? Meiner, meiner. Beide auf ihn, beide auf ihn, beide auf ihn, beide auf ihn! Ich kann seine Position gestecken. BAM, ich bin kaputt, Junge. Wir kriegen ihn. Du bist schon bei 88%. Du machst das Haus kaputt, Knork. Ey, er ist das. Deutsch, Deutsch. Nein! Nein, 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 nein. Ich hab mich runtergehauen. Wird einfach nur drei Leben mit Knork. Ja, wenn Knork gewinnt, dann ist mir das egal. Ja, ich hab's auch einer von uns. Ich vielleicht. Ja. Oh, Mann, meine Blume ist leer. Oh, dieser Chili, der geht mir richtig auf den Sack. Verpiss dich, Alter. Oh, Alter, wo ist der denn gelandet? Die sind immer richtig weit geflogen. Ist der runtergefallen? Ne, der lebt noch, ne? Der lebt noch. Der lebt noch. Ach, der lebt immer noch. Ach, der lebt immer noch, der. Wann geht's los? Oh mein Gott, der Creeper. Hier ist irgendwo ein Creeper. Ja, ich hab auch irgendwie... Oh, shit, der ist explodiert. Musst dich mal auf ihn draufstellen. Zack. Oh, wer ist denn da? Oh, guck mal nach oben! Was ist das bei dem los? Alleine unsere, guckt die ganze Zeit nur zu. Ja, und lest hier die ganzen Sachen. 6 Minutes to match and a awesome cool guy quit. Oh. Oh, der fliegt jetzt so richtig. Weg, aber nö. Ich hab den Instant-Teleporter. Oh, ja! Er ist tot! Er ist tot! Nein, er ist auf die Brücke, oder? Verpiss dich! Jo. Nein, er hat das Schwert. Und unser Sterber, Junge. Da bring' ich an! Der droppt irgendwie voll wenig. Ja, ne? Ja, jetzt ist grad so Kampf der Giganten. Oh Gott. Hier ist was, boah, hier ist dieses... Unter mit dir. Komm her! Ja, der soll raus. Ja, jetzt musst du nur noch... Das sieht so heftig aus! Los, Knork! Wenn du den jetzt raushaust, dann... Hast du mit 3 Leben gewonnen. 50.000... Ja, boah, mit 3! Wo hab ich bei denen? Oh mein Gott! Es ist... Alter! Ja, es ist... Man hört ja auch nicht! Ne, 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 ne! Pff! Ja. Shit, Alter, ich hätt' dich in der Luft. Wo bin ich? Wo bist du? Ach, da bist du! Alter! Alter! Er hat einfach mal 300% fast und stirbt... Alter! Und er stirbt einfach nicht. Kannst du mal... Wo bist du? Oh! 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 Man stirbt gar nicht mehr. Man kann nur durch Unterfallen sterben, ne? Ja, genau. Du kriegst halt aber immer mehr... Das ist wie bei Super Mario Smash Brothers irgendwas. Du kriegst halt immer mehr Prozente. Nein! Na! Und... Oh! Oho! Immer mehr Prozente und irgendwann fliegst du einfach mal so weit weg, dass du es nicht übernehmen kannst. Willkommen zur dritten Runde und letzten Runde. Dritte und letzte Runde. Knorke hat er jetzt zweimal gewonnen. Der Hund. Mal sehen, was aus dieser Runde wird. Ja, ich hoffe nicht, dass du schon wieder gewonnen hast. Nein! Oh! Ich hasse dich einfach mal dafür, ne? Du und deinen scheiß Bogen. Du gehst nur so auf den Sack, ne? Ja! Stirb, 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 stirb! LOL! LOL! Er ist auf dir gewesen! LOL! Er saß auf deinem Kopf! Ja, du hattest einfach... Er hatte mal einfach deinen Kopf in seinem Arsch! Oh, scheiße, ey! Jesse, bist du noch da? Ja, ja! Ja, warum? Sag doch mal was! Unterhalt mal die Leute! Los! Was soll ich denn sagen? Keine Ahnung! Hallo oder so! Hallo! Oh! Da flog er! Nein, er kommt, er kommt, er kommt! Geh weg! Wo ist er? LOL! Hat er das ernsthaft überlebt? Wo ist er? Nein! Hä? LOL! Ich bin an der Ecke hängen geblieben! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gooooot! Gott, kein Doppeljahr mehr! Jesse? Hm? Ähm, erzähl was über dich! Hm, was denn? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Sechzehn! Du bist sechzehn! Okay, was führt dich zu uns? Also, Jesse sechzehn! Erzähl von ihrem Leben! Los! Ich nenn die Folge Jesse sechzehn! Okay! Ja du! Weißt du, ganz ehrlich, du warst einfach mal in mir drin! Ich weiß nicht, ob ich mit dieser Vorstellung noch weiterleben kann! Ich hab ihn gefunden! Mein Bogen! Den wollte ich doch! Ich hasse dich! Du bist so ein Bastard, Alter! Mann, wie schaffst du das immer? Übung! Na ne, ich verrecke mal als erstes! Yes! Sie liebt sie! Lol! Dann geh ich mal auf den anderen! Er ist runtergefallen! Ne, ich hab ihn schon runtergehauen gerade! Ich hab ihn gefunden! Mein Connection has crashed! Lol! Er ist direkt gestorben gerade! Lol, ich hab ihn umgebracht! Er ist erst einmal das zweite Mal runtergefallen gerade! Achso, ich glaub, er stirbt, wenn er in Lava fällt wird! Nö! Ich bin gerade in Lava gefallen und ich bin nicht gestorben! Ich hab nur 50 Punkte bekommen! Mal mehr Punkte! Du kannst mich nicht töten! Ich hab eine Cloud in der Portal! Oh, ich hab so Angst vor dir! Wie viel Prozent hast du? 160! 161! Bam! Das ist doch nicht dein... Nein! Oh, Leute! Das ist doch nicht dein Ernst! Wie kann man so viel Glück haben? Topkiller Stepnet! Oh, Mann! Oh, shit, ey! So richtig die Glücksrunde von mir! Oh, Mann! Ja, gut! Dann war's das für die Folge! Ich hab keinen Bock mehr! Nächstes Mal gewinn ich, ey! Ganz ehrlich! Ja! Ähm, ja! Schaut auf jeden Fall mal bei dem... bei dem Knopf vorbei! Ich werde dich auf jeden Fall in die... Und bei Sehich auch! Den werde ich auch in die Beschreibung verankern! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!